Die Original-Deutschmacher bestehen inzwischen aus dem Duo Arndt Seikler und Berthold Brunsen. Sie treten auch als Arnie und Bert auf. Es handelt sich um ein Projekt, welches seit Beginn der 1990er Jahre zunächst englische Texte übertrieben wörtlich und den Sinn damit absichtlich entstellend ins Deutsche übersetzte, später aber auch freier interpretierte und schließlich Van Lieder für den SV Werder Bremen verfasste. Sie waren zunächst nur auf Radio Bremen zu hören, später dann fast bundesweit. Zeitweilig hatten sie regelmäßige Fernsehauftritte auf N3 und in der Sendereihe 100 Grad. Die Original-Deutschmacher veröffentlichten mittlerweile 11 CDS und waren an einigen anderen CDS beteiligt. Geschichte Seit 1991 wurden zunächst nur auf Radio Bremen vier englischsprachige Lieder konsequent und wortwörtlich ins Deutsche übersetzt. Zunächst waren noch andere Moderatoren hieran beteiligt, schließlich beschränkte sich dies auf Arndt Seikler und Berthold Brunsen. 1993-1994 waren die Original-Deutschmacher auf den Radiosendern RB4, H3, WDR1 und Orb zu hören. Ab 1993 begannen die Bühnenauftritte des Duons. Ab März 1995 nannte sich das Duo Original-Deutschmacher. Am 1. September 1995 erschien noch gemeinsam mit der Radiokomedy-Sendung Nullnummer die erste CD. In Bremen wurden von dieser CD allein in einer Warenhausfiliale 12.000 CDS verkauft. Am 20. Mai 1996 erschien die erste vollkommen eigenständige CD des Duos Endlich Verständlich. Leser der Bild-Zeitung wählten das Duo zu den Bremern des Jahres 1996. Am 6. September 1997 erschien die CD Unendlich Verständlich. Am 18. November 1997 wurde im Bremer Weserstadion erst im Ostkurvensaal, dann in der Ostkurve des Weserstadions vor über 20.000 Werder-Fans das Lied »Das Weh auf dem Trikot« vorgestellt. Am 30. November 1997 fand die letzte Sendung der Nullnummer mit den Original-Deutschmachern statt. 1998 wurde »Das Weh auf dem Trikot« die offizielle Stadionhymne im Weserstadion. Nach dem DFB-Pokalsieg des SV Werder 1999 erschien eine Shape-CD »Unsere Herzen schlagen grün-weiß«. 2000 erschien die CD »Das Weh auf dem Trikot«. Im Januar 2003 erschien ein Remix der Deutschmacher vom alten Song auf der von Arndt Seigler herausgebrachten CD »Kultfußballroyal«. Ab dem 7. März 2004 war die »Nullnummer«, zehn Wochen wieder auf Sendung, es wurden wieder Lieder des Duos gespielt, das erste war »Geschlechtsbombe«. Am 1. April 2004 erschien die neue CD der »Nullnummer« »Säue vor die Perlen« mit drei Liedern der Original-Deutschmacher. Als am 8. Mai 2004 Werder Bremen gegen den FC Bayern München 3 zu 1 gewann und damit Deutscher Meister 2004 wurde, lief zwei Tage später der neue Deutschmacher Werder Sohn »Lebenslang grün-weiß« zum ersten Mal im Radio. Am 15. Mai 2004 erschien die CD »Werder Bremen – Deutscher Meister 2004«, der Original-Deutschmacher. Die neben »Lebenslang grün-weiß« auch nochmal das »W auf dem Trikot« und die Werder Einlaufmusik »Sirius« enthält. Knapp eine Woche nach Erscheinen von »Lebenslang grün-weiß« stieg die CD auf Platz 36 in die Trendcharts ein. Da demnach eine Chartplatzierung abzusehen war, wurde ein Musikvideo zu »Lebenslang grün-weiß« gedreht. Am 31. Mai 2004 erreichte »Lebenslang grün-weiß« Platz 51 in den deutschen Single-Charts.